Okay, Leute, wir sind jetzt gerade im Garten von einer Freundin von uns und Oda hat gesagt, er schafft es, eine Salte zu machen. Jetzt einfach mal hier aus dem Schild greif. Oh, der legt los. Los, komm, 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 komm. Oh, shit. Oh, oh. Oh mein Gott, ich schnapp fast. Mann, ja, was macht ihr denn? Hä? Lotti, wir können das schaffen, wir können das schaffen. Oh, okay, warte, ich muss mal kurz alleine. Warte, es muss mir jetzt mal funktionieren. Holy shit. Okay, Leute, breaking news, breaking news. Eigentlich sollte jetzt ein Bild kommen, wo ich mit meinem Kumpel über die Fahrschule rede. Wie oft glaubst du, bin ich durchgefallen? Zweimal? Nee. Drei? Nee. Viermal? Ja. Nicht bestanden. Aber jetzt muss ich dann nochmal hin. Zum fünfmal, Mann, das kann doch nicht sein. Aber, Leute, das ist jetzt egal, denn... Ich hab den Führerschein. Ich hab den scheiß Führerschein. Ich hab ihn, Jungs. Ich will jetzt nicht angeben, aber ich bin der beste Autofahrer der Welt. Als YouTube-Park, ne? Schön nah am Fenster dran. Da passt doch ein Smart zwischen. Über meinen Werdegang in der Fahrschule mach ich auch noch ein extra Video. Aber wirklich, das ist... Legenden-Status. Junge, nächste Video, die ihr direkt ausgearbeitet habt. Alter, warum ich euch das erzähle, ist... Falls ihr einen Simmel und Ford Fiesta im Rückspiel seht, fahrt lieber auf die rechte Spur. Denn ich bin auf der linken Spur und fahr mit 120, denn ich bin noch in der Probezeit. Aber ich fahr genau 120. Okay, Leute, weiter geht's mit dem Vlog. Später einen Tag hab ich dann versucht, mit einem Haufen Gummibänder eine Wassermelone zum Platzen zu bringen. Und das hat so semi-funktioniert. Als Reaktion darauf hab ich das gemacht, was ich immer mache, wenn irgendetwas in meinem Leben schiefläuft. Dämliches Zeug. So beginn diese Ami-Videos, wo Leute sterben, halt. Ich glaub, wenn meine Mutter mich jetzt sehen würde, wär sie sehr stolz auf mich. Ich hab mir das irgendwie cooler vorgestellt. Ey, ich dachte, das fliegt so richtig hoch. Ich hab gedacht, das wär witzig, okay? Ja, es hat nicht funktioniert. Ich bin auch noch ein Mensch, okay? Okay, Leute, wir versuchen jetzt mit einem E-Roller Weedle zu machen. Ohne, let's go! Du Scheiße! Nein, scheiße! Der Schwerpunkt muss nach hinten verlagert werden. Mathematik und so. Oh mein Gott! Jo! Oh! 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 Hey, bald gibt's einfach E-Roller-Rennen nicht. Das wär so geil, wirklich. Ich weiß nicht, wenn die 5 kmh schneller werden. Guck mal, auch am Start, die sind da so. Oh, shit! Oh, shit! Wo soll das laufen? Ja! Oh mein Gott! Ich seh ja nicht, wo ich hinfache! Hey! Danni, bist du bescheuert! Okay, gleich kommt ne Freundin von mir rüber und ich werde jetzt mal das machen, was ich früher als Kind immer gemacht hab. Manchmal hab ich einfach mein Anzug angezogen und geguckt, wie die Leute drauf reagieren. Ich fand das immer sehr lustig, weil ich dann immer gesehen hab, wie krass das Leute aus dem Konzept bringt, wenn man einfach nen Anzug an hat. Let's fucking go! Boah! Alter! Hi! Warum hast du nen Anzug an? Andere Frage, warum hast du kein Anzug an? Helps! Okay Leute, vielen Dank fürs Zuschauen! Liken und Abonnieren! Ganz wichtig! Wenn ihr's macht, seid ihr 100% glücklicher! Und ihr gewinnt einen E-Roller! Liken und Abonnieren! Oh shit! Wir machen kein Auto kaputt, okay?